Was geht ab, Leute? Ich darf euch begrüßen zu einer weiteren Ausgabe von Screen On, eurer Kinovorschau für den morgigen Tag. Ich habe zwei, wie soll ich sagen, nicht Änderungen, aber zwei Ideen. Den ersten Film, den ich vorstelle, wie gewohnt mit Stichpunkten und die anderen habe ich mir einen vorgefertigten Text geschrieben, da ich persönlich der Meinung bin, dass das bei Vorschauen für einen Film mit Kritiken ein bisschen besser ist, dass man jetzt ein ausgearbeiteter Text ist. Deswegen habe ich zwei verschiedene Varianten in der Folge und ihr sagt mir dann, was ihr besser findet. Starten werden wir mit meinen persönlichen Favoriten der Woche. Stirb langsam, ein guter Tag zum Sterben. Am Anfang gebe ich euch immer kurz die News zu Regie, Darsteller und zur Länge des Films. Das habe ich beim letzten Mal immer so ein bisschen weggelassen und es ist ja doch meistens ziemlich interessant. Also beim neuesten Stirb langsam Teil führt Regie John Moore. Als Darsteller haben wir Bruce Willis dabei, Jay Courtney und Sebastian Koch. Und der Spaß dauert kurzweilige 97 Minuten. Zum Film an sich. Bei John McClare ist alles beim Alten wie gewohnt. Und der New Yorker Cop reist als Tourist nach Moskau und trifft da seinen Sohn Jack. Was er aber nicht weiß, ist, dass sein Sohn Undercover Agent bei der CIA ist, der als Aufgabe hat, einen russischen Terroristen, der Nuklearwaffen in seiner Gewalt bringen will, aufzuhalten. Ist eben die Aufgabe von Jack. Und Jack befindet sich dann quasi mit seinem Vater in dem Zentrum zum Countdown von einem Nuklearkrieg. Und die beiden sind eben die einzigen, die natürlich die Welt retten können. Wie soll es anders sein? Was man zur Aufmachung des Films sagen kann. Es ist so eine gesunde Balance eigentlich aus so einer, da muss ich kurz überlegen, das passt in der Wort finden, so einer lakonischen Attitüde vielleicht. Und halt einfach bombastischen Action-Szenen, wie man sie aus Stirb langsam kennt. Technisch ist das Ganze auf aktuellem Stand und sieht da gut aus. Und diese Vater-Sohn-Elemente mit diesem Witz verleihen dem Film so sein Herz und seinen Charme, was eben dann so ein bisschen die Abgrenzung ist zu diesen Action-Szenen und da eben so ein bisschen so eine Wärme mit den Filmen eben reinbringt. Auf jeden Fall empfehlenswert, super Action-Geballer-Kino und lohnt sich auf jeden Fall für Fans der Reihe. Guter Nachfolger, guter nächster Teil. Dann kommen wir jetzt zum ersten Film, wo ich einen ausgefählten Text für euch habe, und zwar zu Celeste und Jess. Auch hier zur Regie Lee Toland Krieger oder Krieger, kann ich euch jetzt nicht sagen, wie man es ausspricht, weiß ich nicht. Darsteller Rashida Jones, Andy Samberg und jetzt kommt Elijah Wood. Oh mein Gott, Elijah Wood, Frodo ist dabei. Okay, mit Elijah Wood. Der ganze Film dauert 92 Minuten und jetzt die Infos zum Film. Den oder die Ex zum Freund, ein Klischee für Klammeräffchen, als die coole Karrierefrau Celeste, Rashida Jones und der erfolglose Künstler Jess Andy Samberg nach ihrer Trennung wieder mit anderen zu daten beginnen und der verplante Jess plötzlich Vater wird, endet sich ihr Status allerbeste Freunde grundlegend. Regisseur Lee Toland Krieger, The Wishes Kind, setzt auf schlagfertige Dialoge, klugen Witz und Skurrilität, wenn er Celeste auf einen Selbstfüllungstrip mit Yoga-Sessions, Kiffen und Alkohol schickt. Gefühle vermittelt er dabei in vielen Nahaufnahmen. Einer zärtlichen Abschiedsgeste, einem verzweifelten Lächeln, einem ironischen Augenzwinkern. Celeste and Jess ist eine Liebeserklärung an die Freundschaft und eine Anleitung zum Glücklichwerden, denn gerade Selbstgerechtigkeit und Besserwisserei machen Celeste emotional blind. Erst als sie sich wieder positiv überraschen lassen kann, sieht sie, dass auch andere Mütter hübsche Söhne haben. Durch den Verzicht auf ein Happy End zeigt Toland zudem auf, dass wahre Freundschaft weder an Eifersüchteleien scheitert, noch vor einem Teller Algo-Omlet katipuliert. So klappt es auch mit der Scheidung. Also ihr habt euch die Infos zum Film mitbekommen. Quasi so ein bisschen so eine Hommage an dieses ganze Liebesgeschnulzen-Zeug und eben halt einfach ganz klar dadurch, dass das Happy End fehlt, ist es auch eine klare Unterscheidung da zu anderen Filmen. Und natürlich dadurch, dass Elijah Wood dabei ist, hat man hier auch eine ziemliche Größe, die wahrscheinlich auch viele Leute ins Kino locken wird, allein dadurch, dass er dabei ist und wird auch von vielen Seiten ziemlich gut kritisiert, der Film, also hat gute Wertungen bekommen. Also Wertungen gibt es ja noch nicht, ja gute Vorschau, wie soll ich sagen, Previews, ganz einfach. Und ist für diejenigen, die sich so für die Art, generell für die Art von diesem, ja von so Liebesfilm, Liebesfilm ist vielleicht falsch formuliert, aber wo es um Beziehung geht, was nicht so ganz ernst genommen wird und halt so ein bisschen, ja auch kritisiert wird, ist es ein ziemlich guter und empfehlenswerter Film. Kommen wir zu Film Nummer 3, den ich euch vorstellen möchte, zu Ende der Schonzeit. Regie führt da Franziska Schlotterer, Darsteller sind Brigitte Hobmeier, Hans-Jochen Wagner und Christian Friedl. Der Film dauert 100 Minuten und jetzt gibt es auch wieder die Infos zum Film. Fritz hat ein klares Weltbild, ich bin Bauer und wenn eine Kuh kalben soll, dann bringe ich sie zum Stier. Was in der Zielwelt funktioniert, wird am Ende des Zweiten Weltkriegs zum emotionalen Problem. Fritz Schwarzwaldhof leidet zwar kaum unter den Kriegswirren, nur dass der Knecht eingezogen wurde, macht den Bauer zu schaffen. Und vor allem das Gerät im Dorf. Weil Fritz' junge Frau Emma einfach nicht schwanger wird. Beim Wildern im Wald trifft Fritz auf den entkräfteten Juden Albert. Und plötzlich bietet sich eine Lösung für die Probleme. Franziska Schlotterers Langfilmdebüt lebt von seinen Schauspielern, die Theatererfahnen Hans-Jochen Wagner, Christian Friedl und Brigitte Hobmeier liefern sich ein Gefühlsduell von atemberaubender Intensität. Die Inszenierung hält da nicht ganz mit. Mit allzu konstruiert bekommt die Handlung daher. Und auch wenn Fritz, Hermann, Albert bis kurz vor Schluss noch nicht ahnen, was eigentlich Sache ist, der Zuschauer hat es da längst durchschaut. Das ist natürlich immer ein bisschen ein Problem, wenn man sonst Kurzfilme macht und kürzere Filme und dann zu dem langen Film geht, um den richtigen Spannungsbogen zu finden und die richtige Länge für den Film, damit man eben bis zum Ende motiviert ist und dabei bleibt. Und wenn man natürlich schon lange ahnt, wie das ausgeht und was passiert, ist das natürlich immer ein bisschen schwierig. Aber dadurch, dass die drei Hauptdarsteller einen richtig guten Job machen und das ist ja meistens bei Theaterdarsteller, die sind, wenn es da um Gefühle geht und Emotionen darstellen, sind sie ja wirklich überragend und richtig gut. Die sind gut dargestellt und für die, ja wie soll ich sagen, für Fans des Theaters auf jeden Fall zu empfehlen und die halt auch so ein bisschen wieder in den zweiten Weltkrieg in der Zeit ein bisschen erschweifen wollen, sich das ein bisschen zu Gemüte führen, ist es bestimmt auch ein ziemlich guter Film. Dann kommen wir auch schon zum letzten Film, den ich euch länger vorstellen will, dann kommt auch ein fünfter Film, aber zu dem habe ich nur einen Satz. Aber nicht, weil er schlecht ist, dazu nicht, aber da komme ich später dazu, das ist egal. Okay, kommen wir zu Quellen des Lebens, Regie führt hier Oskar Röhler, Darsteller sind jetzt Jürgen Vogel, Merit Becker und Moritz Bleibtreu, also deutsche Prominenz und der Film dauert 173 Minuten. Auch hier jetzt was zum Inhalt, damit ihr wisst, um was es geht. Wenn sich das öffentlich-rechtliche Fernsehen mal was gönnen will. Man engagiert eine Schar bekannter Darsteller und lässt sie in einer deutschen Familiengeschichte stellvertretend und stichwortartig alle wichtigen historischen Marksteine abhaken. Warum nun ausgerechnet Oskar Röhler solche Bildungsfernsehen drehen muss, bleibt ein Rätsel. Von den Wiederaufbaujahren bis in den Neo-Bourgeoisen 70er Jahre führt sein Rundumschlag, in dem auch einige autobiografische Momente eingeflossen sind. Wie schon in Die Unberührbare setzt Röhler auch hier seiner salokommunistischen schriftstellenden Rabenmutter Gisela Elsner alias Ellers von Laviano Wilson ein wenig schmeichelhaftes Denkmal. Wie sich deren Schwiegervater Erich, Jürgen Vogel, vom unerwünschten Kriegsheimkehrer zum erfolgreichen Betreiber einer Gartenzwergfabrik mausert und sich mit seinem dichtenden Sohn Klaus, Moritz Bleibtreu überwirft, ist manchmal tatsächlich mit distanziert ironischem Humor erzählt. Auf einer Länge von 173 Minuten finden diese Quellen des Lebens allerdings kein wirkliches Zentrum und keine spannende Erzählhaltung. Sie bleiben leicht gutierbare ARD, den Ghetto-Ghost. Kennt man ja so, außer dass man statt Ghost vielleicht eine Kost sagen sollte, wenn man richtig lesen könnte, was ich entscheidend nicht kann. Natürlich sind die Darsteller gut ausgewählt, aber 173 Minuten ist ja schon bei einem richtig gut produzierten Film. Also es ist nichts gegen den Film, aber ich meine jetzt so bei, wo ein richtig krass Budget dahinter ist und Hollywood und was weiß ich, sind ja 173 Minuten da schon fast immer ziemlich lang. Und deswegen ist es klar, wenn wir davor schon haben, bei einem 92 Minuten Film, dass ja gesagt wird, dass man es voraussehen kann und dass es träge wird, das ist ja fast doppelt so lang. Und da ist es halt immer einfach schwierig. Aber eben für Fans des ARD-Abendprogramms und es sind ja doch gute Schauspieler mit Jürgen Vogel, Moritz Breithaus, eine klasse Schauspieler, die Fans davon sind, ist es bestimmt auch zu empfehlen. Ich werde mir jetzt nicht anschauen, das kann ich an der Stelle sagen, aber das ist natürlich euch überlassen. Kommen wir zu Film Nummer 5, den ich angekündigt habe, wo ich aber nicht so viel dazu sagen habe. Zwar kommt Findet Nemo in 3D in die Kinos, Film ist genau der gleiche, 3D-Effekt ist halt da, ob man braucht, ist die andere Frage. Natürlich für die, die jetzt vielleicht erst ins Alter kommen, um Findet Nemo zu schauen, ich weiß nicht, ob da 3D überhaupt das Richtige ist, aber da kann man halt das ganze schöne Unterwasser-Abenteuer auch eben in 3D erleben. Und dann wären wir jetzt soweit durch. Was anderes kommt noch in die Kinos, beziehungsweise nicht generell in die Kinos, es gab noch einen sechsten Film, der ganz vereinzelt irgendwo kommt, aber den habe ich mir jetzt nicht mehr genau angeschaut. Dann danke ich auch wieder fürs Zuschauen, lasst wieder euer Feedback da, wenn ihr euch irgendeinen Film davon reinzieht und ob euch gefallen hat und was nicht. Wie gesagt, ohne Feedback da lassen, ob ihr ausgeschriebene Texte haben wollt oder Stichwort-Texte. Dann danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Screen-On wieder oder bei irgendeinem anderen Format. Ich bin soweit raus, fitz-eicht, ciao und servus.